Das ist sie, die Nacht der Dämonen. Grausame Schreie, Schrecken ohne Ende. Die Hölle, die ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Baby, sieh es nicht so eng, fang jetzt endlich an zu fang. Dann hast du auch bald kapiert, dass der Rock die Welt regiert. Und rockbar. Und rockbar. Yeah, yeah, yeah. Meine Gitarre war aus. Meine Gitarre war aus. Das hat keiner gehört. Hat keiner gemerkt. Es war plötzlich so angenehm. Hit it! Soll mich das gewesen sein? We in love song. Mit uns denn keine Lösung hat? We in love song. Die Möglichkeit ist viel zu klein. We in love song. Doch ich liebe nur dich allein. Seht ihr das? Gibt es etwas besseres? Als sie die Erste zu hören. Die Erste zu hören. Die Erste zu hören. Die Erste zu hören. Am Freitag, den 13. September 2013 ist sie da. Die Nacht der Dämonen. Die Erste zu hören. von der Dämonen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017